Die entscheidende Frage ist, wie können wir das Kind in uns wieder aufwecken? Wie können wir das Kind in uns wieder zurück in unser Leben führen? Kinder stehen immer wieder auf, bis es funktioniert. Es ist nur Unternehmer, Schlüsselfähigkeit. Kinder probieren Dinge einfach aus, interessieren sich nicht für die Außenwirkung. Und Kinder haben keine Angst vor Veränderung. Du hast die Kraft, Einfluss zu nehmen. Du hast die Kraft, jeder Situation eine Bedeutung zu schenken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vision bedeutet für mich, einen Traum zu erfüllen. Vision bedeutet für mich, ein Ziel zu haben, das Ziel zu verfolgen, daran auf jeden Fall fest zu glauben. Jeder von uns sollte eine Vision haben. Jeder sollte wissen, wo er steht und wo er hin möchte. Das zu verfolgen, was einem wirklich Spaß macht, was einem wirklich antreibt, was der Motor dafür ist, dass man nach vorne kommt. Und ich bin echt begeistert. Es ist einfach nur klasse, dass auch an die Generation heute quasi gedacht wird. Auf jeden Fall, das ist unbehörde für die DVG. Also wer macht das sonst? Ich kenne kein Unternehmen, was sich sonst so engagiert für den jungen Nachwuchs. Und ich finde das auf jeden Fall sehr cool und deswegen arbeite ich auch gerne hier mit. Also ich finde, es ist so in der Form unvergleichbar mit anderen Veranstaltungen oder anderen Arbeitgebern, die man kennt. Die DVG legt sehr viel Wert auf den Nachwuchs. Ich bin auch bei der DVG tätig und ich habe schon sämtlich Veranstaltungen miterleben dürfen. Und das ist der Hammer, welche Belohnung man bekommt. Und man wird überall gelohnt und man kann sich an die entwenden. Aus einer Idee wurde Wirklichkeit. 450 junge Menschen sind hier. Ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr eine Idee habt, verfolgt sie. Wenn ihr belächelt werden, geht noch härter ran. Wirklichkeit.